Äh, ich will bloß mal gucken, also ich will mal die Valhazak-Rüstung mal schnell reinpacken, um zu gucken, was ich denn für den also alles brauche. Ich hätte Valhazak, einen Bronze, einen Silber und zwei Gold, das hört sich gut an. Irgendwelche Probleme, oder? Äh, oh, vielleicht kann man damit sogar eine... Ach! Okay, der Stromstein, verdammt, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Könnte aber Rüstung funktionieren, mir würde das nichts ausmachen, das auszuprobieren. Äh... Es war ein nicht sehr subtiler Hinweis, dass du mich versucht... äh, versucht lässt. Okay. Gut, dürfen wir aber noch nicht machen mit dem Stromstein. Fünfmal ohnmächtig und 15 Minuten. Das sollten wir hinbekommen. Dann kannst du die Quest gerne mal anschlagen. Ich, wie gesagt, ich schaue bloß mal kurz, was wir denn so alles für die bräuchten. Valhazak. So. Devil-Rüstung. Ich weiß gar nicht, was hier so kann. Könnte man sich ja auch überlegen. Und jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen Freizeit, sag ich mal. Bis zunächst, oder bis Donnerstag, da kommt ja dann der Behemoth wieder. Ich sollte unmengen Wahlquests haben, wegen der Arch-Temperd. Ach, okay. Ähm, so. Dann nehmen wir den gleich mal. Kalf-Turoth brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Nehmen wir das da. Dann nehmen wir das. Da steht Waffe augmentieren. Ah, okay. Geht es also doch schon. So, das. Und dann nochmal das da. Sehr schön. Äh, Ausrüstung verbessern. Ne. Hä? Wo genau? Sehe ich jetzt gerade nicht. Die Gratulationen ausspringen. Andere Ausrüstung ändern. Oh, doch, da. Okay. Ja, als drittes, klar. Nachdem du den Verbesserungsbaum an der Waffe komplett ausgereizt hast, kannst du sie noch weiter verbessern, indem du Augmentationen auswählst. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ähm, im Waffenstatus auf der rechten Seite kannst du sehen, welche Augmentationen bereits vorgenommen wurden und wie viele Augmentationsplätze noch übrig sind. Aha. Augmentationen kosten unabhängig von der Seltenheit der Waffe Geld sowie Materialien, die sich je nach Waffe und Augmentationsart unterscheiden. Bei der Augmentation einer Waffe stehen dir fünf Optionen zur Verfügung. Angriff, Affinität, Verteidigung, Platzerweiterung, Gesundheitsregulation. Okay, also ähnlich wie in 4 Ultimate. Bloß ein bisschen mehr. Mehrfach ausgewählte Verbesserungen sind kumulativ. Rüstung augmentieren erhöht die Menge von Malen, die sie verbessert werden kann. Danach kann die Ausrüstung ganz normal über Ausrüstung verbessern und verbessert werden. Okay. Das darf ich jetzt schon machen? Ah ja. Kann ich dann zum Beispiel die hier auch augmentieren? Angriff, Affinität, Verteidigung, Slots. Okay, Gesundheit. Interessant. 10% oder ein bisschen mehr Schaden? Hm. Okay. Hackt halt von dem ab, was du zum Beispiel, ähm, was du hast. Zum Beispiel kannst du jetzt, ähm... Hier kann man noch irgendwas machen. Okay. Interessant. Wann starte ich mit PC? Direkt am 9. Oder wann? Entschuldigung. Ähm, weiß ich noch nicht ganz genau, wann ich damit starten werde. Äh, ich nehme mal die Quest an. Äh, ich denke mal direkt am 9. Es ist so blöd, dass es halt einen Monat früher auf Steam kommt. Weil ich würde mir halt, denke ich, schon ganz gerne die, ne, die Boxed-Version holen. Ich weiß es nicht. Äh, so, Quest beitreten. Also da bin ich mir noch ein bisschen uneinig. Da werde ich aber auch nochmal, äh, ein Video dazu raushauen, um einfach zu fragen, wie es denn mit den Leuten auch aussieht. Äh, wie, wie viel Interesse da besteht. Ob wir es direkt am 9. machen sollen oder halt erst später. Mal schauen. Also kann ich jetzt gerade noch nicht genau sagen, aber das... Es wird noch kommen. Ich werde dann nochmal genauer Bescheid sagen. Äh, so. Was ich jetzt nochmal gucken will, wie viele Sachen brauchen wir denn? Wir brauchen 10 Rückenpanzer. Oh Gott. 4 Krallen. 6... Ne, 4 Reißzähne. 1 Schweif. Und 1 Edelstein. Okay. Interessant. Gibt es dieses Mal wieder ein Gamescom-Treffen? Ja. Ich werde am Freitag wieder auf der Gamescom sein. Und... Da dann irgendwie wieder mittags, nachmittags... Ähm... Kann man dann... Kann man mich dann auch wieder treffen. Also werde ich dann auch einfach wieder rumstehen, sag ich mal. Das wird dann schon passen. Wird aber auch nochmal ein Video dazu kommen. Viel Spaß bei den Reißzähnen. Ne, 4 sollten eigentlich gehen. Mal schauen. Wie viel kostet eigentlich die Boxed-Version? Keine Ahnung. Ich glaube, die normalen... Also die Steam-Version kostet 50, nicht wahr? Und die Boxed-Version kostet 50. Gehe ich mal davon aus. Auf jeden Tag ein Ticket, also wird da sein. Okay. So Gamescom arbeiten. Da ist das natürlich gemein. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, Freitag... Freitag konnte ich mir wieder wieder freinehmen. Dann legen wir los. Schauen wir mal, wie der Valhazak laufen wird. 15 Minuten haben wir wieder. Na ja, gut. Mal schauen. Das haben wir letztes Mal eigentlich auch schon ganz gut hinbekommen. Und sollte ja jetzt eigentlich auch wieder gehen. Mit den 15 Minuten. Wir müssen immer halt wieder den Kopf und... Na ja, eigentlich alles brechen. Das ist... Ich brauche ja Rückenpanzer. Ich brauche Reißzähne. Das wird also wieder ein bisschen... Ein bisschen fieser. Okay. So. Versuchen wir immer schön auf den Kopf zu gehen. Was bei ihm natürlich auch gar nicht so einfach ist. Na, Schweif brauche ich auch. Hm. Keine Ahnung, wo ich da jetzt genau hingehen soll. Ähm... Was gibt das jetzt? Egal, was es gibt. Ich hau hier... Ja. Wow, okay. Das geht auch durch. Habe ich Nullbären dabei? Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass das auch durch den... Durch den Mantel geht. Das ist gemein. Ah, und jetzt hat mich das... Das Zeug auch noch verletzt. Damit ich meinen roten Status verloren habe. Ätzend. Naja, gut. So. Können wir da nochmal draufhauen. Nice. Das war schöner Schaden. Aber gerade eben... Komme ich da auch nicht so wirklich hin. Zu ihm. Ach. Ich hatte vergessen, wie ätzend der schon ist. Das war lustig. Da will ich auch in Traultimate und Dragon Solo. Das war lustig. Okay. Ich kann mich da noch ein paar Sachen erinnern, ja. Ah, Mann. Das ist halt das Problem, man Großschwert, wenn das Mosso so rumhampelt. Das war lustig. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Yes. Das war schöner Schaden. Das war schöner Schaden. Oh, und gerade noch dem Miasma-Strahl ausgewichen. Das war sehr, sehr knapp. Schön. Schön, dass es so funktioniert hat. Da wackelt er die ganze Zeit. Lass das doch, du blödes Biest. Mann. Das funktioniert alles gerade nicht so wirklich. Ich meine, ich hau ihm gut Schaden raus, wenn ich ihn treffe, aber ich muss ihn halt erst mal treffen. Dann nehme ich noch genau, ja genau, als alle drei das verlassen haben. Das war, war das beim Savage hier oder wie waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall, das war schon ganz nice. Ja, komm schon. Ah, Mann. Schade. Das sind meine Lieblingsfolgen. Ja, das war, das war definitiv eine der, der witzigsten Folgen, die so passiert sind. Und war richtig gefährlich dann am Schluss, das noch alleine zu regeln. Naja, ich treffe ja irgendwie gar nichts. Das ist mir nicht so, wie ich will. Ja, da nochmal, nice. Immerhin. Okay. Das hätte vorhin funktioniert. Oh Gott, noch zehn Minuten. Gucken wir mal, das packen wir. Ich meine, eigentlich sollten wir es ja, aber, oh Gott. Eigentlich sollten wir es ja hinbekommen. Ich weiß es gerade eben bloß nicht, wie viel ich dazu beitrage. Yes. Okay. Sehr schön. Also ein Schweif ist hartnäckig. Vielleicht wäre in der Doppelkling doch besser gewesen, um ihn schnell abzuhacken. Hm. Ich dachte jetzt, Großschwert wäre ganz gut, um einfach kräftig Schaden draufzuhauen. Aber ich würde fast sagen, er ist doch ein bisschen zu schnell. Bleibt zu selten dafür stehen. Oh, ist nicht dein Ernst, dass der Winkel da gerade nicht gestimmt hat. Schade. Oh, da ist er sonst irgendwo. Ach, komm. Oh, da ist er noch mal schnell ein bisschen nachheilen. Das ist beim Walhasaka halt auch echt die ganze Zeit einfach bloß beim Heilen. Hier ist schon schlimm. So. Er hält seinen Schweif aber auch immer sonst irgendwo hin, ne? Das hat nochmal schön getroffen. Ja, nein. Ah. Hab ich bloß gerade durchgeschwungen. Ah. So traurig. Dann hab ich halt nochmal ins Gesicht. Ne, tue ich nicht. Dieses Biest, ne? Dieses Biest. Okay, fällst du hin dann? Ne, schade. Gibt ja auch die Möglichkeit. Wäre zu schön gewesen. Oh, die Zeit wird langsam auch knapp. Na, nochmal schönes Gesicht. Ich hab gerade eben echt das Gefühl, dass ich einfach den Schaden auch nicht bringe. Vor allem, da ich mich jetzt auf die Körperteile konzentriere. Na, komm schon. Oh, Stöpsel wäre ja echt praktisch, muss man sagen. Ich hab auch das Gefühl, dass die Monster irgendwie viel mehr schreien. Ja, ne, aber er ist vergrößt, wird viel zu sehr unterwegs. Das kannst du halt so vergessen. So, da kann ich jetzt auf seinen Schweif gehen. Gerade mal. Aber halt sonst überhaupt nicht. Äh, ins Gesicht. Okay. Da rennt er auch schnell wieder weg. Ähm, okay. Gut, dass er gerade eben nichts macht. Kommt da der Laser? Ja, dann schnell nach unten. Okay. Oder so. War es sein Schweif? Ich glaube schon. Ne, war es sein Kopf. Okay, nice. Kopf ist natürlich auch am wichtigsten. Ist klar. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und sein Schweif, wie gesagt, sollte eigentlich auch nicht mehr so viel aushalten. Nicht wahr? Na gut. Na gut. Ich hau ihn trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Aber ich, eigentlich müsste das sein Kopf gewesen sein. Ich hab da eigentlich einen Streifen gesehen, ja. Ich bin mir zumindest gerade eben ziemlich sicher, dass das so war. Komm schon, jetzt. Kann er keine schnellen Schläge mal machen, wenn der Schweif gerade eben richtig passen würde. Das ist dann halt alles immer komplett vorbei. Ja, gut. Dann eben so. Ja, nee. Bei dem Laser zum Beispiel gerade eben keine Chance. Davon muss er wenn dann schon das Mias mal wieder aufladen. Damit man da irgendwie treffen kann. Na gut. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mal schauen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Boah, nicht mehr so viel. Das heißt, ich hau jetzt einfach bloß noch mal normal drauf. Außer wenn, weil... Außer wenn es einen Schweif wirklich runterhält, kannst du es halt wirklich vergessen. Vielleicht spiele ich das nächste Mal wirklich mit Doppelklängen oder sowas. So. Das Treffen, das war natürlich super. Oh, okay. Das hat mich auch nicht getroffen. Nice. Na, also. Da nochmal schön 300 Schaden rein. Geht doch. Jetzt ist halt eben sein Schweif wieder sonst irgendwo. Aber... Wenigstens die 300 Schaden habe ich reingehauen. Oh, oh. Noch 5 Minuten. Das ist immer so... Das ist verdammt knapp mit dem... Oh, Legianer-Kadaver. Der arme Legianer. Ah. Nein. Ich wollte das nicht direkt trinken. Naja, egal. So, da hat eben nochmal die Nullbeere rein. Wobei jetzt wird gleich eh wieder das... Okay, da humpelt er. Willkommen zurück, Blob. Da humpelte er, aber seinen Schweif hat er leider immer noch nicht verloren. Jetzt müssen wir es bloß schnell hinbekommen. Bevor uns die Zeit ausgeht. Das war nochmal ein Schlag auf seinen Schweif. Na, komm schon. Oh Gott. Hi. Ich dachte, du gehst jetzt gleich pennen. Aber gut. Er hat aber auch kaum seinen... Oder... Naja, zumindest nicht so häufig sein. Er hat mir erst mal aufgeladen. Ist aber vielleicht schwierig zu sagen. Nein. Jetzt leg dich noch nicht so weit rüber. Meine Güte. Blödes Biest. Oh, ich bin so tot. Oh, ich bin so tot. Auf mich da reinzuschieben. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. War das knapp. Oh Gott. Da ist mir alles Sorge. Das war sehr, sehr knapp. Kann ich bitte? Danke. Damit ich mich hier mal ein bisschen darin reden kann. Oh, der Schweif. Sehr, sehr schön. Und das war's mit der Wahl. Nice. Das war doch eine gute Quest, würde ich sagen. Zwei mal wieder anstrengend, aber ganz gut. Weil Sorge ist ein seltenes Vieh. Ich meine, ich muss den Schweif aufschneiden. Das da? Ist das aber. Das habe ich doch schon, oder? Augurfliege? War das das? Ich habe keine Ahnung. Okay, ja. Die Fliege hatte ich schon. Hat man 15 Minuten Zeit, wenn man in einer Viergruppe ist? Nee, nee. Das ist gerade eine Untersuchung. Das heißt, eine Quest mit speziellen Regeln, sage ich mal. Und dafür haben wir dann bloß 15 Minuten Zeit. Das sind halt hier jetzt die speziellen Regeln für diese Quest gewesen. Ja, die hatte ich schon, die hatte ich schon bei dem Wasserfall dort hinten gefunden. In dieser kleinen Höhle. Wenn ich jetzt richtig weiß. Genau. Gut möglich, dass du mir schon gezeigt hast. Ah, ich muss aufpassen, die nicht abzuschießen. So, Rückenpanzer, Membran. Okay, eine Kralle. Gerade eben habe ich, denke ich, auch ein Reißzahn bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da ist nochmal ein Reißzahn. Also, ich hatte eigentlich auch noch nie wirklich Probleme mit den Reißzahnen. So, Krisen, Wiederbelebung. Achso, das hatten wir vorhin auch schon, nicht wahr? Davon habe ich auch schon ein paar. Der Ball gammelt so in der drin, ja. War das gerade ein Goldkronen-Wahl? Wow. Habe ich das richtig gesehen? Das wäre nice gewesen. Schön. Dazu dann auch nochmal eine Krone gesammelt. Ich glaube, das war so. Ich musste aber mehr auf den Endbildschirm achten. Da klicke ich meistens immer ein bisschen zu schnell durch. So, auf ein weiteres Mal. Probieren wir es eben nochmal mit dem Rohschwert. Diesmal müssen wir nicht mehr unbedingt auf den Schweif. Den haben wir ja gerade bekommen. Und ja, können uns eher auf den Kopf konzentrieren. Nomnom T4DS machen, okay. Ich bin eine Wand im Jasma-Resistenz. Doppelte Leben. Autoregeneration und Erholung. Drei-Item-Heilung. Drei. Okay. Das hört sich gut an. Na dann, du Wand. Dann stell dich mal in seinen Weg. Damit wir alles platt machen können. So. Putt, putt, putt. Wahl. Putt, putt, putt. Ich hoffe, das reicht. Reicht das? Wahl? Hallo? Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher, ne? Da, jetzt. Der hat eine Weile gebraucht. Lebenskraftmantel und dann los geht's. Ah, komm. Du musst da nicht da vorne stehen. Er kommt da nicht wegen dir lang. Ähm. Da schon. Aber er kommt, glaube ich, mehr angerannt, wenn er, wenn er einen da sieht. Äh, wenn er einen da sieht. Ist das nicht so? Keine Ahnung. So habe ich es zumindest verstanden. Also, dass er einfach schneller, äh, schneller angerannt kommt, weil er, weil er einen gesehen hat. Nicht einmal bloß anläuft. Ich weiß es jetzt aber nicht. So habe ich das zumindest verstanden. Ah, das war blöd. Oh. Ich habe es tatsächlich noch getroffen. Na, immerhin. Äh. Ich kriege da eine Blitzkapsel, die man schießt. Okay. Das liegt nicht an dir. Ach so. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Das ist... Okay. Aber eine Blitzkapsel. Aha. Na gut. Ich habe keine Ahnung davon. Weißen wir mal, ob das treffen wird. Ah, jetzt bin ich fast schon zu weit weg, nicht wahr? Ah. Das könnte was werden. Yes. Sehr schön. Knapp 400 Schaden auf den Kopf. Wunderbar. Machst du so gesehen, dir unnötig Schaden. Ach. Das bisschen. Ich hatte mit meinem Insekt getroffen. Deswegen kam er angerannt. Aber hat das nicht das letzte Mal jemand gesagt, dass man einfach bloß vorne stehen muss und dann... Na, keine Ahnung. Das ist... So wäre das. Egal. Soll ich Stelle gleich mal zeigen? Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Was ist das? Oh Gott. Na gut. Egal. So. Wäre schön, wenn er dann gleich da landen würde. Ich werde es mal eben schnell nach. Ich habe gesagt, dass ich den Trick mache. Ich habe nie gesagt, dass du da stehen musst. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Und nochmal. Na also. Sogar nochmal für schöne 500 Schaden. Sehr schön. Jetzt lasse ich mal dabei. Das waren auch nochmal 250. Na also. Das geht doch schon deutlich besser. Na schade. Oh wow. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich da noch treffen werde. So. Megatrank. Bisher habe ich zum Glück auch das Miasmann noch nicht bekommen. Das ist auch immer ganz toll. Ah man. Oh Gott. So viel dazu. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Aber ich konzentriere mich lieber erst auf meine Leben. Äh so. Du kannst den Endschlag auch nach dem zweiten Schlag machen. Du musst nicht diesen Bodycheck machen. Den Endschlag nach dem zweiten. Was? Ich weiß nicht ganz, was du damit meinst. Ich weiß nicht ganz, was du damit meinst. Du wirst einfach nochmal Dreieck drücken, während du den Stick nach hinten ziehst. Okay. Du wirst einfach mal dreieckst. Du wirst einfach mal dreieckst. Du wirst einfach mal dreieckst. Okay. Kann ich denn eine dritte Aufladung machen, um die dritte Aufladung zu machen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Keine Ahnung. Sollen wir nochmal Dreieck machen, während du den Stick nach hinten ziehst? Wann muss ich den machen? Das meinst du? Ja, aber das mach ich ja mit dem Bodycheck genauso. Nur dann spare ich mir die Angriffsanimation. Das meinst du? Ja, aber wie gesagt, mit dem Bodycheck. Spare ich mal die Angriffsanimation. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Das geht ja so viel schneller. Das ist ja so das Normale an sich, was du meinst, wie man es macht. Aber so kannst du es ja vergessen, Monster anzugreifen. So ist es gerade ausgesagt. Oh ja. Habe ich gesehen. Oh, dankeschön. So, Megatrank. Ah, schade. Ja, ich hab's ja nur nicht gesehen, weil ich versucht habe herauszufinden, was du meinst mit Dreieck und nach hinten drücken. Ich weiß schon, dass mir erst mal nicht schön ist. Meine Güte. Das war verdammt knapp. Nö, ich mag's mit Hälfte der Leben runter rumzulaufen. Also, ne, manchmal sind deine Tipps schon ganz große Klasse. Okay, das hat schönerweise nicht getroffen. Ah, das hat getroffen. Schade. Oh Gott. Na, falsche Richtung. Ah, Mann. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Okay. Nehmen wir mit Motor jeder her, klar. Wie hat das noch getroffen? Das war merkwürdig. Ja gut, keine Chance. Schade. Ich meine, er humpelt wenigstens in einer gescheiten Zeit, aber wir haben halt den Kopf jetzt nicht bekommen. Schade. Da hängt auch keiner mehr von den Dingern. Hm. Sollte ich vielleicht... Oh. Kuma. Vielen, vielen Dank für die, äh... Für das Abo, beziehungsweise die Subscription. Sehr, sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Die Frage ist, ist Kuma da, oder war es bloß so eine automatische? Weil kann man ja auch automatisch verweitern lassen. Auf jeden Fall, ja. Dankeschön, Kuma. Und falls du da bist, äh, willkommen. Äh, du wurdest eindeutig vermisst. Da, verdammt. Da versteht man ja im Chat. Yep. Du, du... Ich glaube, es geht auch, dass man nicht im Chat steht, aber, äh, ja. Ja. Ansonsten wirst du da angezeigt. Wie kriegst du die Tasse jetzt in dein... Wie kriegst du die Tasse jetzt in dein Zimmer? Ja. Ja. Ganz langsam bewegen. So. Wenn er sich da jetzt auch mal irgendwann dann... Runterfallen lässt. Komm schon. So blöd, dass er die ganze Zeit... Da oben liegt. Oh. Okay. So. Das sollte auch schönen Schaden machen. Das hat nicht getroffen. Wie hat das denn nicht getroffen? Was zur Hölle? Ah, Mann. Wie mies. Okay. Dann halt eben nicht. Naja, egal. Wäre eben bloß nochmal eine... äh, eine Möglichkeit gewesen, um nochmal einen Edelstein zu bekommen. Naja. Passt schon. Okay. Nochmal eine Kralle. Immerhin. Die sehe ich gerne. Rückenpanzer... Rückenpanzer sollte ich eigentlich auch noch brauchen, oder? Vielleicht wird er nicht angezeigt, weil ich... Ja, weil ich wahrscheinlich schon eins davon voll habe. Keine Ahnung. Weil es so wieder spannend ist, man kommt nie zu finishen. Okay. Ich weiß gar nicht. Habe ich bald schon mal gemountet? Keine Ahnung. So. Was bekommen wir denn? Da standen auf jeden Fall viele Krallen oder sonst irgendwelche Sachen zu sein. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Äh. Reißzahn. Kralle. Und mal eine Kralle. Ich glaube, damit haben wir die Krallen auch fertig. Da fehlen noch ein oder zwei Reißzähne. Ähm. Ja, gut. Alles nicht so das, was man unbedingt haben will. Weil er sagt, bekommen wir da nochmal ein bisschen mehr, ne? Also. Schön, schön. Und ja, da würde ich sagen... Keine Ahnung. Machen wir vielleicht noch einmal oder sowas. So, vielleicht um 45 aufhören. Wir werden sehen. Je nachdem, wie es jetzt auch aussieht mit den... Mit den Sachen, die wir bekommen. Äh. So. Beutezüge. Ne, Quatsch. Nicht Beutezüge. Was tue ich dann? Wunschliste. So rum. Ein Reißzahn ist das Einzige, was noch fehlt. Ein Reißzahn und Edelstein. Ja, gut. Edelstein kann ich mir ja jederzeit besorgen. Dann holen wir uns auf jeden Fall nochmal den Reißzahn. Hat mal jemand eine schicke Quest für ihn? So merkwürdig, wie die Halle auf einmal komplett leer ist. Na gut, man muss bedenken... Ach so, ja klar, weil niemand da ist. Ach, dort oben einfach... Und das lockt ihn dann an? Okay. Tatsächlich. Interessant. Ah, gibt's nicht. Interessant, dass das ihn dann anlockt. Dieses Biest, ne? Das macht nie genau das, was man von ihm will. Okay. Wusste ich jetzt auch nicht, dass das so funktioniert. Aber gut. The more you know, ja. Ja gut, das ist natürlich heute gerade auch so wenig los. Das liegt natürlich auch in der Zeit. Ich denke mal, Monster Hunter World so gegen 20 Uhr wäre schon interessanter gewesen. Also für die Leute dann eben. Aber so haben sich die Leute gewünscht. Hätten sich die Leute ja was anderes gewünscht, dann hätte es ja um 18 bis 21 Uhr nochmal Monster Hunter World geben können. Aber alle wollten eben zum Anfang an Monster Hunter World haben. Das ist ja auch das. Bei StrawPoll kann man ja auch, ähm, oder bei StrawPoll Stream kann man ja auch ein bisschen vorausplanen. Wenn das erste Projekt eben kein Monster Hunter Hunter World gewesen wäre, hätte es zweite Jahr wieder eins werden können. Oh, dankeschön. Die wollten nur nicht vom Gefarme gelangweilt werden, ja. Wahrscheinlich. Wir sind dafür alle dann wieder nächste Woche dabei. Dann Skype hasst dich. Das ist nicht so toll, weil das bräuchten wir, ne. Okay. Das war gefährlich. Das war aber gerade so durchgekommen. Äh, muss ich, muss ich natürlich eigentlich hinlegen. Das wäre super. Okay, du bist drauf. Sehr schön. Mal sehen, wenn er nicht... Na, jetzt fliegt er halt schon wieder so hoch. Yes. Na, immerhin noch 184 Schaden. Zwar auf keinen Körperteil, aber hey. Schaden ist Schaden. Na gut, das kann ich jetzt eh vergessen mit dem Aufladen schon, weil... Da fliegt er eher noch weiter weg. Okay, nice. Äh... Das war ein bisschen doof. Da bin ich leider aus dem Takt gekommen, aber da wäre eh nicht lang genug gelegen. Dann schon. Ah, gibt es nicht. Ah, da habe ich gerade eben die... Die Combo aufgeladen. Und dann... Ah, dann das. Dann haut er halt da gerade eben rein. Das ist halt das Blöde an Großschwert. Da lädst du halt die ganze Zeit auf. Und dann schnappt das Monster einmal kurz nach dir und alles ist vorbei. Da wäre es halt doch ganz schön, wenn man da halt einfach wirklich eine... So eine gewisse... Ähm... Zumindest eine Phase hätte, wo man halt nicht zurückgestoßen werden kann. Gerade bei so einem Angriff. Das wäre super nett. Weil ansonsten ist es halt so viel Potenzial, dass du verschenkt hast. Da hätte ich halt mit... Ähm... Oh Gott. Das war doof. Da hätte ich halt mit... Ähm... Wieso finde ich denn... Wo sind meine Nullbären? Meine Güte. Das ist Inventar. Aber da ist es halt mit anderen Waffen deutlich besser, finde ich. Wenn man da halt dann ständig Schaden macht. Das war wieder doof. Na, dann hauen wir die eben bloß so rein. Na, nee. Das war gegen das Mernos. Toll. Lubanus oder was auch immer für ein Ding. Merkt mir die Namen von denen nie. Das hat bisher leider nicht so gut geklappt. Na, deswegen habe ich die Itemfolge geändert. Ja, sollte man eigentlich mal machen. Weil das ist... Das ist manchmal echt halt ein Horror. Wie die sortiert sind. Deswegen habe ich mir ja schon wenigstens die beiden Mäntel. Wo wir davon gerade sprechen. Ich könnte mir den Lebenskraftmantel auch mal anziehen. Deswegen habe ich meine beiden Mäntel wenigstens auch mal... ...ins Itemrad gepackt. Sonst kannst du halt echt vergessen, die immer zu suchen. Na gut, ja. Das kann ich jetzt halt auch wieder vergessen, das aufzuladen. Raffinus. Ja, meine Güte. Ist doch egal. Wo ist der Unterschied? Ist mir doch egal, wie die Viecher heißen. Oh Gott. Soviel zu meinem... Soviel zu meinem Lebenskraftmantel. Der ist jetzt eigentlich auch beinahe wieder hinüber. Mann. Es gibt halt manchmal... Das ist manchmal ist der... Ist der Walasag echt okay. Dann kannst du ihn halt auch echt mal angreifen. Und manchmal geht es halt überhaupt nicht. Dann macht er einfach die ganze Zeit irgendeinen Mist. Das ist nicht egal. Das ist so wichtig wie die Rechtschreibung im Internet. Ich meine, da gebe ich dir schon recht, aber... Mir ist es ziemlich egal, was für Flugdrachen... Also bei der Rechtschreibung gebe ich ja schon recht. Was für Flugdrachen da jetzt so rumfliegen, ist mir ja eigentlich schon ziemlich egal. Nein. Ah, was? Ich habe doch gedrückt. Was zur Hölle? Oh, schade. Also gerade eben läuft es irgendwie aber auch nicht, ne? Eigentlich habe ich ja alles richtig gemacht. Aber scheinbar war ich da mit dem Timing irgendwie falsch. Na gut. Es lebt. Was lebt? Oh, nö. Natürlich... Ich brauche dringend wieder schnell schärfen. Das ist wichtig. Da muss ich dringend mal gucken. Gibt es dafür auch Juwele? Ich hoffe es. Aber das kannst du halt echt vergessen. So, nochmal ein bisschen leben und dann bitte nochmal draufhauen. Meine Güte. Wäre schön gewesen. Achso, Skype lebt. Okay. Alles gut. Wäre sonst ein Blöd gewesen. Die Perception ist immer wieder himmlisch. Ja, ich weiß. Au. Ja, gibt es. Das wäre mal ganz schön. Das muss ich dann eigentlich suchen. Weil schnell schärfen ist doch schon ne, ne sehr tolle, ne sehr tolle Fähigkeit. Schon 47. Ja, und? Ich habe auch nie gesagt, dass wir Punkt 45 aufhören. Ich habe gesagt, dass wir dann vielleicht so 45 aufhören. Ich weiß nicht, wie lange die Quest geht. Was soll ich jetzt machen? Den Walazaki aber stehen lassen, oder was? Hahaha. Ja, gut. Ich meine, einfach so seinen Körper zu treffen, das hält natürlich schon immer weh. Aber die Körperteile bei ihm sind halt echt gefährlich oder echt schwierig zu treffen. Ah, schade. Oh, du musst AFK. Okay. Ja, ich meine, ähm, ich, äh, es wird auch nicht unbedingt so viel früher, weil ich ja dann eher noch die nächste Stropole anschlagen muss. Also von dem her, äh, denk mal nicht, dass wir da jetzt dann irgendwie eine halbe Stunde oder so früher anfangen. Es wird eher trotzdem ein bisschen überzogen. Vor allem, wenn wir jetzt den Walazak noch erledigen müssen. Ich weiß auch nur nicht so ganz, ob ich mir dann gleich für den Walazak Edelstein holen soll. Weil ich habe ja gerade jetzt ein, äh, mir ein Ticket geholt. Würde also eigentlich passen. Wofür brauche ich die Tickets sonst? Das ist halt das. Oh, oh, noch fünf Minuten. Okay. Das wird gefährlich. Ah. Ich dachte, man kann da noch ein bisschen rüber, aber hätte trotzdem nichts gebracht. Oh, oh. Wahrscheinlich mal eine kleine Nullbeere. Okay. Was kann ich mit dir machen? Nee, ich mache das ja vor der Pause. Okay, erholt wenigstens. Auch wenn wir, der seinen Kopf haben wir noch nicht bekommen, nicht wahr? Nicht, dass ich es gesehen hätte, zumindest. Hört mich ja auch noch die Skiris an. Meine Güte. Lasst mich doch in Frieden. Das hat irgendwie auch keinen Schaden gemacht. Na komm. Ah, Mann. Schon immer wieder ätzend, dass er halt überhaupt nicht will, dass man ihn gescheit treffen kann. Okay, gut. Gut, ja, sollte ja eigentlich demnächst erledigt sein. Wettstein nochmal. Können wir da nochmal kräftig auf den Kopf hauen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wo willst du denn jetzt hin? Bleib mal schön hier. Ich hoffe einfach mal, dass ich gut hinkomme. Okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Das darf ich eben nur nicht in das Timing vermasseln. Okay. Na, also. Sehr schön. Kopf ist gebrochen. Die Chance auf die... Chance auf den Reißzahn ist definitiv oben. Ich habe so die Dropshops von den Schärfejuwelen nachgeschaut. Kann aus allen Juwelen kommen. Je seltener das Juwel, desto höher die Chance. Okay. Das ist ja bloß eine Frage der Zeit, bis es mal kommt. Mal schauen. Okay, da habe ich ja mal durch seinen Kopf durchgehauen. Das ist interessant. Und da war sein Kopf einfach mal kurzzeitig nicht existent. Okay. Wir haben mal irgendwie einen Teil gebrochen. Weiß ich jetzt zwar nicht genau weswegen, aber... Ist okay. Yes. Sehr schön. Waren zwar bloß die 200 Schaden auf so ein nicht so tolles Teil, aber egal. 0,4 bei den normalen bis zu 2,3. Okay. Das ist natürlich nicht so hoch, aber gut. Ich bin mal gespannt, wann ich es dann jetzt bekommen werde. Und wie viele Slots braucht man für Schnellschärfen? Keine Ahnung. Ja, ja. 200, nur 200 Schaden, wenn man 400 haben könnte. Sind 200 jetzt natürlich nicht so toll. Ja, eigentlich sollten wir ihn erledigen, statt den Schweif aufzuschneiden. Ich muss mal sagen, weil ansonsten wird das schon hart knapp. Ich habe 13 von den Dingern. Ein Slot. Ah, okay. Nice. Bei so einer tollen Fähigkeit nur ein Slot. Das ist schon interessant. Gut, aber die waren natürlich früher auch immer leicht zu holen. Oh, meine Güte. Jetzt soll es heute eigentlich beinahe vorbei sein, nicht wahr? Na komm schon, jetzt stirb. Eigentlich dürfte er, ich meine, gehumpelt hat er ja schon. Na, also. Puh. Das war definitiv nicht mehr viel Zeit, ne? Denke ich mir jetzt mal. So, schneiden wir nochmal schnell auf. Ah, yeah. Schön. Spezial-Munitions-Boost, was schon echt stark ist. Braucht auch nur ein Slot, okay. Oh, da ist der Reißzahn. Nice. Schätze 14, 59. Das wäre ein bisschen a-knapp. So, ich gehe mal gleich zur Basis, weil dann können wir uns die Rüstung dann gleich machen. Wolle ich mir noch schnell den Schweif. Das sollte eigentlich gehen. Wo liegt der jetzt genau? Da drüben. Da. Verdammt. Reicht das noch? Komm schon. Schneid ihn auf. Ah, ne Schuppe. Toll. Deswegen hat es sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. 14, 02. Das war dann schon ziemlich knapp. Ah, yeah. Ja, wow. Okay. Keine Minute hätten wir mal mehr Zeit gehabt. Oh, nice. Sehr, sehr schön. Okay. Sehr schön. Und damit haben wir die Wal-Hasak-Rüstung. Das freut mich. Wunderbar. Jetzt muss ich die Milka-Pralinen essen, da ich das Plastik-Ding für Eifswürfel brauche. Ja, wie doof, ne? Ah, sehr schön. Auf der Suche nach dem fast nicht existierenden Schweif. Ja. Nur fast. Wenn du einen Miasma-Effekt auf dir hast, während der das Miasma aufsaugt, bekommt man Schaden. Ach so. Okay. Ja gut, okay. Klar. Dann saugt er dich aus wie die Dings. Wie die Geras in der Anfangs-Cutscene. Mhm. Also interessant zu wissen. So, jetzt muss ich bloß noch kurz gucken, welches da die besten Sachen sind. Ob Alpha oder Beta. Und dann hätten wir schon wieder eine neue Rüstung. Ich weiß dann zwar nicht. Also ich denke mal, ich behalte zuerst nochmal die Kalf-Draw-Rüstung. Aber das wäre ja so das, was ich auch mal machen wollte. Einfach bloß mal ein paar Rüstungen machen. Äh, so. Rüstung. Wie sieht die denn aus? Das muss ich nochmal kurz schauen. Äh, Valhazak. Das hier wäre die Alpha-Rüstung. Und das hier wäre die Beta-Rüstung. Sieht schon nochmal ziemlich anders aus. Da muss man jetzt schauen, welche, welche da besser ist. Wenn es Valhazak sei, ist halt nicht gut. Ja gut, ist so jedem seine Sache. Ähm, Drachenangriff. Gegen normalen Slot. Beta. Na, schau mal. Da würde ich denke ich auch die Beta nehmen. Weil Drachenangriff ist jetzt nicht so mega. Die Kammerrüstung ist besser. Ja, hm. Mehr Drachenangriff. Ja gut. Bleibt fast die Beta. Höchstleistung. Höchstleistung der Hohlgeschwindigkeit. Was bringt der Hohlgeschwindigkeit dann im Endeffekt? Der vierte Geschwindigkeit, wenn du den erholbaren Schaden heilst. Ja gut. Das wird dann doch eher bei der Beta bleiben, ne? Im Jasma-Widerstand könnte man nehmen. Halt eben nochmal ein Slot dazu. Und ich meine, ich kann auf den Slot kann ich genauso im Jasma-Widerstand packen. Dann wird es halt echt die Beta. Jo. Dann machen wir uns die Beta-Rüstung. In den meisten Fällen ist bei der Alpha nur Drachenschaden dabei. Ja, Drachenschaden und Erholungsgeschwindigkeit. Ist jetzt nicht so heftig. Höchstleistung war... Ach, wenn der Gesundheitswolken gefolgt ist. Ja, okay. Ist ja eine ganz nette Rüstung wegen der Superholung. Da kann man sie mal nehmen. Dann machen wir uns mal die Beta-Rüstung. Sofern ich Geld dafür habe. Mal schauen. Wie gesagt, ist ja ganz nett, die mal zu haben. Ich meine, die anderen Drachenhältesten können wir uns dann theoretisch auch noch machen. Mal schauen. Damit hatten wir aber auf jeden Fall mal einen netten Zeitvertreib. Dann die Hüfte. Noch reicht das mit dem Geld. Und ja. Dann noch die Beinschienen dazu. Ah, guck mal, die Hüfte können wir uns sogar nochmal machen. Oh ja, das sind jetzt so Teile, die man halt sehr viele hat. Höchstleistung ist nur gut bei Ranged. Bei Blastmaster kriegt man, äh... Nee, Blattmaster. Kriegt man viel zu viel Schaden, als das aktiviert bleibt. Äh, ja gut, okay. Wenn du den Lebenskraftmantel dazu hast, dann geht das eigentlich schon für eine Weile. Aber klar. Macht schon so mehr Sinn. Das ist richtig. So, dann gehen wir nochmal schnell nach oben. Und dann beenden wir für heute auch die Aufnahme. Die kleine Farmrunde. Und dann passt das ja. Ich meine, die Walhasak-Sachen haben jetzt nicht geschadet. Und, ähm... Das... Ähm... Na. Der befristete Beutezug war definitiv notwendig, damit wir da auch ein bisschen, äh... die Rüstkugeln zusammenbekommen. Weil für den Behemoth brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen stärkere Rüstung. Ähm... Ja, gut, klar. Man kann natürlich... Das ist natürlich das Schöne an der Walhasak-Rüstung. Äh... Dass man, wenn man so kleine Schadenspunkte mal bekommt, dass man die ja dann auch wieder wegheilt. Das ist ja das. Deswegen ist das ja zusammen mit... Ähm... Äh... Ist ja die Rüstung zusammen mit der Höchstleistung ganz gut. Und das ist halt das. Deswegen, also für die Rüstung geht das, würde ich sagen. Aber klar, ansonsten... Ist es natürlich nicht ganz so toll. So, dann winke ich euch nochmal zum Abschied. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. War wieder eine sehr schöne Runde. Wenn heute natürlich auch ein kleineren Kreis. Aber, ja. Ich hab heute halt ein bisschen, ähm... Ähm... Hab jetzt heute natürlich ein bisschen früher angefangen. Das ist klar. War jetzt Kombi von der Superholung gemeint. Ja, gut, klar. Wie gesagt, logisch. Dass du, äh... Dass du da dann mehr Schaden bekommst. Das ist schon klar. Also als Blade Master. Und dass es deswegen nicht so klasse ist. Aber... Ich sag mal, das ist natürlich die einzige... Genau. Das ist halt... Sonst lohnt es sich halt meistens überhaupt nicht. Ähm... Aber, äh... Ja, mit der Rüstung ist noch die höchste Chance, dass du das gescheit einsetzen kannst. Wie du halt sagst, klar, mit Fernkampf... Geht das dann schon ganz gut. So, wie gesagt. Dann beende ich für heute. Nochmal euch vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Mit Monster Hunter World. Bis dann. Und... 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 Vielen Dank.